Titel ist leicht reißerisch gewählt, aber bewusst, weil ich weiß, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die tatsächlichen Ängsten sind, weil sie den Nachrichten folgen und ganz viele handfeste Beweise da haben, dass schlimme Zeiten auf uns zukommen. Aber lasst dir gesagt sein, ich bin ein 80er Jahre Kind. Das wird uns schon seit Jahren vorausgesagt und seit Jahren gibt es dafür auch handfeste Beweise. Mein Vater ist mit 70 Jahren gestorben und hat immer Nachrichten geguckt und immer wieder dieses, schlimme Zeiten kommen auf uns zu. Und wenn ich eins aus seinem Tod gelernt habe, ist, er hat sich umsonst all die Jahre Sorgen gemacht. Er hätte die 70 Jahre viel entspannter leben können. Die Politik spielt mit unseren Ängsten vor dem Tod und unseren Ängsten vor Krankheiten. Natürlich ist es scheiße zu sterben oder krank zu werden, aber es gehört zum Leben dazu. Was mir hilft, wenn ich solche Dinge mitbekomme, ist immer wieder in das Vertrauen zu gehen, dass es etwas Größeres gibt. Und solange dieses größere göttliche Liebe für mich mein Leben noch nicht genommen hat, dann bedeutet es, dass ich hier noch was zu tun habe. Und wenn es so weit ist, dass ich gehe, dann ist es so weit. Nicht die Politik entscheidet, sondern die Seele entscheidet, die göttliche Liebe entscheidet, wann das Leben eines Menschen beendet ist und wann nicht. Und wenn eine Million Menschen da stehen und dich umbringen möchten, wenn die göttliche Liebe das gerade nicht möchte und für dich gerade nicht vorsieht, dann wirst du nicht sterben. Das ist etwas, was mich durchs Leben trägt und mir hilft, aus solchen wirklich satanischen News und sowas rauszugehen und gar nicht darauf zu gucken. Je nach vergangener Erfahrungen, je nach Kindheit können solche Nachrichten da draußen ganz viel Schmerz triggern, ganz viel Angst triggern und ganz viel Horrorszenarien im Körper triggern, was völlig selbstverständlich ist. Wenn der Körper Horror erlebt hat und angekündigt bekommt, dass wieder Horror kommt, dann kommt er natürlich in einen Panikzustand. Und da braucht man Hilfe. Entweder einen guten Therapeuten oder Übungen. Und da gibt es auf meinem Kanal genug. Folge mir auf Instagram, auf TikTok oder auch hier, wo ich immer wieder erkläre, wie du dein Nervensystem regulierst, dass dein Körper aus diesen Angst- und Panik- und Horrorzuständen rauskommt. Und überhaupt einen Raum öffnen kann, wo du Vertrauen hast. Wenn unser Nervensystem in einem Stresszustand ist, kann er nicht vertrauen und kann nicht geborgen sein, kann nicht sich spirituell entwickeln. In dem Moment geht es ja ums Überleben. Und bei manchen geht es jahrelang ums Überleben, ohne dass sie es merken. Es gibt spezielle Übungen, die man machen kann, um sich von Ängsten zu befreien. Wenn dich das interessiert, schreib mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich ein extra Video dazu und erkläre mit Anleitung, wie du diese Übungen machen kannst. Und hier geht es immer darum, nicht einfach nur blind glauben, sage ich ja schon seit Jahren, sondern einfach mal ausprobieren. Wenn es dir hilft und du merkst, boah, da tut sich wirklich was, dann bleib dabei. Weil das Nervensystem kann man nicht innerhalb von einem Tag verändern. Die Jahre zuvor, die es in einem Stresszustand war, so viele Jahre, ich betreibe es jetzt wieder, wenn ich sage, so viele Jahre braucht es, um sich zu regulieren. Nein, so viele Jahre braucht es nicht. Aber es braucht eine gewisse Zeit, immer wieder die Übungen zu machen, immer wieder sich mit sich selbst zu verbinden, mit seinem Körper, mit seinen Wahrnehmungen. Und raus aus diesem, im Außen, die News, die dann sagen, die Welt geht bald unter. Damit machst du dir dein Leben nicht schön. Im Jahr 2000, vielleicht können sich einige von euch erinnern, wurde vorausgesagt, dass die Welt untergeht. Damals am 31.12.1999, kann ich mich noch genau erinnern, meine Geschwister und ich haben das gesehen. Es stand in der Bild-Zeitung, es kam im Fernsehen, es kamen Dokumentationen von Menschen, von Sekten, von... Also da waren Sekten, wo Menschen sich wirklich umgebracht haben, damit sie den Tag der Auferstehung hier nicht erleben müssen, weil der wird ganz schlimm sein und Jesus wird sie nicht mitnehmen und ganz so ein Quatsch halt. Und es haben sich damals sehr viele Menschen das Leben genommen, weil sie davon überzeugt waren, dass die Welt untergehen wird und dass hier Chaos herrschen wird und es wird ganz, ganz schlimm. Ich kann mich erinnern, ich habe das so verfolgt und am 01.01.2000 bin ich dann raus, morgens um 11, 12, so nachmittags war das. Und die Welt war immer noch die alte. Also jetzt, 20 Jahre später, die Welt ist immer noch die alte. Also klar, es hat sich ein bisschen was verändert, aber es ist keine Weltuntergangsstimmung. Ich kann mich noch erinnern, in den frühen 90er Jahren hieß es auch, dass es hier Krieg geben wird, wurde vorausgesagt. Meine Eltern haben es ja immer im Fernsehen geguckt, in den Nachrichten. Und ich weiß nicht, der Golfkrieg und was weiß ich, was da waren ja die Verrücktes. Es ist also immer wieder diese Voraussagen, es kommt Krieg hierher und wir werden alle sterben und die Welt wird untergehen und das und das und das. Wenn du dieses Prinzip verstehst, dass das seit Jahren vorausgesagt wird, dass es aber auch so schlau gesagt wird und so subtil, also sehr taktvoll vorgegangen wird, dass man dann auch Beweise hat, handfeste Beweise, die das bestätigen. Und ich wiederhole mich, wenn jemand ein komplett dysreguliertes Nervensystem hat, hält er sich an diesen Beweisen fest, sagt dir, aber guck doch hin, das wird kommen. Arbeite an deinem Nervensystem, reguliere dich und komm raus aus dieser ganzen Scheiße und vertraue darauf, dass da draußen aus meiner Sicht etwas Größeres ist, das dich liebt. Selbst wenn die Welt zerstört werden wird, werden wir doch eh alle sterben in dem Moment. Und das ist dann auch nicht schlimm, dann sind wir halt alle weg. Also diese Angst vor dem Tod, die einem da gemacht wird, das ist brutal, das ist brutal. Das heißt, man hat Angst vor dem Tod und kann gar nicht leben, weil man so in einer Angst die ganze Zeit lebt. Ist das wirklich das Leben dann wert? Wenn du dazu Fragen hast, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare und ich mache gerne nochmal ein Video mit gewissen Übungen, die helfen können, ins Hier und Jetzt zu kommen.